Effiziente Intralogistik und individuelle Kundenlösungen. So kennen Sie die Bäumer Group. Für uns bedeutet Digitalisierung die Kombination aus 80 Jahren Erfahrung mit neuesten Technologien und einer einzigartigen Digitalisierungsstrategie. Innovative Lösungen bieten wir für jeden Bereich. Egal ob Förder- und Verladetechnik, Palettier- und Verpackungstechnik oder Gepäckabfertigung und Logistik. Die Digitalisierung hilft uns dabei, mit den Maschinen in Echtzeit zu kommunizieren, Wartungen zu verbessern und den Betrieb zu optimieren. Wir fokussieren die Bedürfnisse unserer Kunden und binden diese agil in den Entstehungsprozess innovativer Lösungen mit ein. Die Herausforderungen von heute mit der Technologie von morgen. Lernen Sie die Projekte und Technologien der Bäumer Group kennen und werden Sie ein Teil davon.